Hi, ich bin Dirk Moritz. Wir leben im Jahr 2014. Und es kann nicht sein, dass das Thema Gleichberechtigung der Frauen immer noch nicht selbstverständlich ist. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen zu bevormunden, zu unterdrücken oder ihn in seiner Freiheit einzuschränken. Dafür kämpft He for She. Und dafür stehe ich. Peace. Peace.